Hey Leute, es geht hier weiter mit einer neuen Runde Ghostwire Tokio, dem grauen Stinn-Spiel aller Zeiten. Was ist das hier? Hey, was ist das? Achso, das sind diese Scheiben, diese Badezimmerscheiben, ne? Ja, ja. Okay, die Karriere. Ich muss erst mal wieder reinkommen, das ist schon ewig wieder her. Gefühlt. Äh, ja, wir müssen glaube ich hier rein, ne? Also wir sind hier bei den Messis, ja, das ist das neue Team hier. Äh, wir sind hier in Tokio, ne? Ich mache hier G-Zeghan. Und, äh, ja, Parallel, Parallel. Und hier ist auch alles zu. Ich gehe mal nicht da lang, sondern hier ran. Wer spielt mit uns? Untersuch. Mit Hand, die ist nicht, hier ist nochmal. Achso, ja. Ah, okay, ah, okay. So, und dann runter. Und dann? Freis jetzt hin. Wie entwicht, ne? Ich hab's dir doch gesagt, lass es lieber. Warte, 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 warte. Okay, okay. Ah, dieser Einzige, ne? Oh, das ist ja alles so ein bisschen... Hat einen gruseligen Touch, ja? Gib ich zu. Aber irgendwas nimmt das raus. Hm? Aufheben. Was war das? Seiboi, Senpai! Wo ist denn das jetzt hin? Ich gehe jetzt mal hier hoch. Hey, wir sind echt bei den Messis gelandet, ne? Die müssen wir wieder bei den W nennen. Oh. Modell eines Kragen-Echse. Ja, und? Oh, geil. Und, food. Yakuza, Quaker! Kann ich das nehmen? Was? Was ist denn bei dem Feld, den Urteil des Problems? Verschlossen. Okay, dann geht's also hier nicht weiter. Oder wie? Na, ich höre da was. Aha! Oh nein, nicht ein Spiegel. Okay. So, so, so. So. Und dann so. Ah, jetzt ist es die Treppe hoch. Wenn es noch eine Treppe... Kann man das noch als Treppe bezeichnen? Ich weiß es nicht. Jo, übertreib doch halt. Ach, nee, kein Kreis. Oh, da runter. Dann. Du, das Viech. Ah, okay. Jetzt aber. Jetzt ist es auch offen. Kann man das aus dem Controller raus... Also, rausgehen, genau. Mich fuckt ab, dass der Controller auch redet. Das irritiert mich voll. Das höre ich nämlich durch den Kopfhörer. Warte mal. Ich muss gerade mal googeln. Jetzt mal da. Sound aus. Keine Ahnung. Finde ich nicht. Ist mir jetzt auch blöd. Zu blöd zu werden. Aber ich weiß nicht, ob ihr es hört. Aber der Controller geht dann. Ey, woher müssen wir? Zurück. Ja, das ist zu. Boah. Boah. Jetzt habt ihr euch ja schon. Boah. Keine Ahnung. Hier kommen wir nicht weiter. Was wollen die von mir? Das ist ja auch eh so ein Lieben Chris, ne? Oh Gott, ey. Was der aussieht. Der Ball ist echt auffällig, aber... Immer auffällig an der Treppe platzieren, dass er nachher runterpumpst, ne? Genau. Was haben wir denn wirklich hier drin? Nichts. Sehr sauber und leer. Dafür, dass es jetzt wirklich aussieht. Hä? Äh? Schmier alles zu. Das war's. Ja, ja, stimmt ja. Frisch mit den Vertoren. Oh, äh, ach du heilige. What the fuck? Oh, nee, ne? Oh, man. Aha! Da sind die Alte da. Oh, da kommt noch eine. Oh, nee, ne? Ich liebe noch. Yone. Hey. Hi. Hey, das hat gar kein Leck bei mir. Oh, no. Oh, das ist gut, das ist gut. Warte mal, warte mal, gibst du nicht mich jetzt gerade? Äh, ich fahr für. Was war? Ich hab... Ich war gerade Blackout bei mir. Ja, aber kann ich dafür, wenn da unendlich die Dinger spawnen? Da hab ich echt keinen Bock drauf. Das ist ja auch in der Kämpfe. Wie kann ich das machen? Ich denke, es ist einfach so. Ich denke, es ist einfach so. Ich denke, es ist einfach so. Jungs ist einfach so. Ich bin bereit. Wie kann ich das machen? Ich bin bereit. Ugh, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Aber hör auf, wenn ich für ein Feuerlöscher bin, der ist so ein Stuhl. Das war's für ein Stuhl. Ich bin bereit, wo bist du? Was ist deins? Was? Was? Celebrate! Ah! War kein perfekter anhaltener Kreis. Fertig. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Zeig mir. Ja, gut. Das ist die direkte Teile von Zelda. Ja, was ist mir da? Hier. Wo ist das? Wo ist das? Wer ist das denn jetzt hier? Oh, ne. Das ist wie eine Nimm-Bisschen-Schön. So. Ja. Bam! Cool. Hey. Was ist denn jetzt? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Jetzt können wir noch die anderen holen, ne? Wunderbar. Brauchst du auch Hilfe, oder was? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Dann gehen wir. Okay. Hau-Mission. Hau-Mission. Ist das die Hau-Mission? Ja. Die würde ich doch gerne machen. Das sind meine 78 Meter. Wir gehen das nochmal. Jetzt gehen wir aber auch anders, ne? Ja, ich glaube ich schweiß weh. Ja, ist... Die Welt ist ein bisschen leblos, ne? Also... Oh, ne, ne? So ging das genau. Oh, die sind ja am Dancen. Was war denn? Den Sammorei-Schwert da. Hoppla. Aua! Voll die Füsche. ja freustig Oh, hier ist ein Automat. Was sieht da hinten? Grüntee. Gönn mir uns. Ja, Energy. Komm. Drei Stück so drin. Teppich muss eine miese Suppe. Ah, ne Wacka Coola. Ne Wacka Coola auch immer gut. Hey, hey. Wenn du die Bewerber bist, dann kannst du dich schlafen. Hey, hey. Guck mal, da oben so. Bgestellt für uns sehr, es geht an. Guck mal, wie geht es weiter? Guck mal, du kannst du den. Das ist aber nicht, ist das immer aufhalten. Es geht um, wenn du den Rückmärkten zur gerne weg geht. Mich sagen, es geht um, wieso? Was ist das? Dass du dich schlafen, wieso? Oh, sieh! Sieh, wie viele nicht? Nein, ich habe keine Ahnung. Da muss dann noch an! Was ist das? Ah, der Martin, ich bin gedacht. Ja, das ist das. Oh. W ft. Warum darf man denn jetzt nicht da? Hey? Wie soll man denn da hingehen, wenn wir... Oh, wir haben drei Fertigkeitenpunkte, wo hämmert die her? Okay, ah okay, sie kosten alle 10, okay. Auch gut. Gleitendauer erhöhen, auch gut. Wie kann man da hin, wenn wir da nicht lang dürfen? Dat muss man verstehen, ne? Ihhh. Das sieht aus wie Kacka. Hier ist Mission. Das geht nur oben, ne? Komm her hoch. Stehen, Kollege, wie ging das nochmal? Komm her. Kack! Ah weiter... Ah hier ist ein Leiter Scheiße Was ist da dringend Leiter? Warte mal Hä? Hä? Die waren doch halt in der Leiter Was hat die so oben drin? Was ist das? Was ist das? Das wird beschissen platziert auf jeden Fall Nein Das sieht schön ekelhaft aus ne? Guck mal da Was schweben die denn hier alle? Was ist denn da was? Was ist das da? Was ist das da? Was ist das? 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 Ey, das ist doch kacke ey. Wie kommen wir denn da weiter? Was ist das? Ich höre es aber sehe es nicht. Ich verarschen. Ey, ich verarschen. Wo komme ich denn weiter? Da geht es nicht, da geht es nicht. Wie kann ich denn was zu müssen nehmen? Ich höre es nicht. 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 Ey. Wie kommen wir denn da rüber? Ich höre es nicht. Ich muss das selber mal gucken. Wir sehen es gleich später. ich glaube wir müssen diese tory 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 reinigen oh postfile Ohhhh Ohhhh Schlund Schnell die Scheiße rein Oder? und die jahre vorher wieso zeigt mir die aukelheit nicht hier erst mal bevor wir da ist auch noch ein feuer dies mal rückmaus dessen komm jetzt auch das So, nein, nein, nee, nee, komm zurück. Ist das ein Party oder was ist da? So. Ah, ah, Kappa. So, ja, dahin. Jetzt verstehe ich auch die ... Wir müssen ein Gebiet zu gebieten, die wir reinigen. Äh. Was ist das? Entschuldigung. Ah, ich hab da auch schuldigung. Ich hab aber nicht so geil. Äthel ist nicht genug. Wir werden mit Äthel-Athel-Athel-Athel-Athel-Athel-Athel-Athel. So. Ah. Wir gehen ja in die Richtung. Yeah, yeah. Ich mein, die Musik macht's wieder runter, ne? Find ich gut. Die meisten mögen das wahrscheinlich nicht. Ne? Da, da, da. Das war aber auch so. Das war noch mal. Okay, das war doch. Das war so schnell. Das war mir auch so. Dass es das jetzt nichtículos kann. Das war noch mehr. Das war noch mal. Oha! 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 Immer noch hinter mir! Kiehl's kill!